Wie war die Nacht, Herr Klitschko? Der Gegner Russland hat nicht den Willen, unseren Willen zu zerbrechen. Wille für Freiheit, Wille für freie Wahl, weil es die Ukrainer genommen haben. Wir sind die ganze Ukraine und der Wille der Menschen ist nicht zu zerbrechen. Keine Atomwaffen können es schaffen, nichts. Was können Sie uns konkret berichten, wie war bei Ihnen die Nacht? Es ist unglaublich, wie eigentlich schnell ein Mensch sich angewöhnt an ständiges Hören von Geschosse, Bombardierung. Das ist schon seit vier Nächten in Kiew zu hören. Und wir werden das bis zum letzten Tropf des Blutes verteidigen.